So, haben wir hier noch... Ja, da haben wir noch welche. Oh, ne, doch nicht. Das war's. Yay! Abgeschlossen. Niesliche Tour. So. Oh. Ach so, stimmt. Party and Dance begleitet uns jetzt. So, begonnen. Keine Kinder. Trifft dich mit ältester Maxen. Wollen wir da erstmal gucken, was haben wir denn hier überhaupt alles für Aufgaben? Also, bin ich zur Finchfarm. Bin jetzt bei der Kindergruppe Greentop. Trifft die Minute Manadeburg. Ach stimmt, das müssen wir auch noch machen. Sprich mit Piper die Ereignisse. Oh, das müssen wir auch noch machen. Ich würde mal sagen, wir machen das vielleicht immer so im Wechsel. Also ich möchte natürlich ganz viele Nebenmissionen machen. Machen das vielleicht so, dass wir ab jetzt immer so zwei Nebenmissionen erledigen und danach die Hauptmission weitermachen. Wir machen uns immer so im Wechsel. Genau, so. Das habe ich gesucht, das Wort. So, dann würde ich mal sagen, wenn wir schon hier sind, dann machen wir das gleich mit dem ältesten Maxen und besuchen ihn mal und dann schauen wir mal, was wir jetzt genau tun werden. Äh, der ist immer nicht draußen. Also ich weiß noch, als ich damals Skyrim gezockt habe, gab es auch eine richtig miese Schlacht und das sah damals so episch aus. Ich habe das damals sowas von gefeiert und habe mich da so gerne mit den ganzen Truppen da in die Schlacht gestürzt. Das war echt cool. Ich hoffe, die haben das hier genauso cool gemacht. Zumindest spätestens, wenn wir dann die Burg stürmen, könnte es ziemlich cool werden. Hoffentlich, natürlich. Ähm, wo ist denn Maxen? Ah, da muss er... Ah, ja, da ist er. Hallo, ältester Maxen. Ei, ei. Ja, ältester. Gut, dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Ford Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutern. Diese wieder natürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem setzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrochen könnten. Ich möchte, dass sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt und den Munitionsvorrat für uns wohl. Verstanden? Ähm, alles klar. Ich weiß, dass sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Es wird mir eine Freude sein, diesen Mutantenabschau zu beseitigen. Wir haben ein Verti-Bird für sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen sie ihn, um unsere Botschaft nach Ford Strong zu tragen und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Ei, ei, Kapitan. Steig in den Verti-Bird. So, ich habe eigentlich mega Angst vor den Super-Mutanten. Aber ich glaube, die sind wirklich gar nicht mal so brutal. Also voraussendessen keine legendären, legendären, legendären Super-Mutanten. Aber das ringer schon hin. Alle Anzeigen stehen auf Köln. Wir sind bereit zum Start. Dann auf geht's, würde ich mal sagen. Ja. Ah, so. Da, 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 da. Oh, das macht echt Spaß. Und das sieht auch echt schön aus. Weil ich glaube, wir haben uns echt eine falsche Tageszeit aussucht. Obwohl, ich glaube, es ist, weißt du, gar nicht mal so schlecht zur Abenddämmerung zu den Super-Mutanten zu latschen. Wow, da hing es gerade ganz kurz. So. Ach du Scheiße. Alter. Ihr habt doch einen Arsch offen. Schön auf den Kopf zielen. Schön auf den Kopf zielen. Äh, sagte ich und zieht überhaupt nicht auf den Kopf. Komm schon. Gib Stoff. Ja. So. Oh nein, wirklich? Oh, oh. Oh, okay. So. Oh, okay. Also wir haben die Bermatt getötet und wir haben noch zwei andere Super-Mutanten getötet. Das ist doch schon mal... Und da ist noch einer. Da hinten war noch einer. Ich hab dich ganz genau gesehen. Und da ist auch noch einer. Okay. Oh, richtig nice. Also so kann ich gerne, äh, den Rest des Spiels zubringen. Da hinten war noch einer. Ich hab doch gerade einen Schatten gesehen. Da. Und wir haben Level Up. Woo. Und da ist noch einer. Ach ja, schön. Ja, wir haben es gesichert. Okay, ich möchte jetzt gerne runter. Oh, aua. 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 Das ist ja ein Meyerlock. Wow. Oh Gott. Wo ist der Meyerlock? Da ist er. Oh nein, ich hab keine... Nein. Wow. Wow. Ich hab zu spät gemerkt, dass ich keine Option mehr hatte. Das war ja dumm. Was? Ach nein, jetzt müssen wir das normal machen. Ach, wie dumm. Ich hätte vielleicht den Meyerlock-Eger da nicht angreifen sollen. Das war jetzt echt doof. Das war jetzt wirklich doof. Ähm. Naja, also da wüsst du wenigstens, dass wir gleich angegriffen werden. Verdammt. Boah, der war doch voll stark. Okay. Ja, toll. No, gut. Warte, müssen wir jetzt auch nochmal mit dem reden. Ja, müssen wir auch... Das ist... Das... Das finde ich echt doof, dass man... Das ist so schnell skippen kann. Kann ich das? Sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Bruder? Ja, 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 ja. Ja, endlich da. Gut. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Ford Strong. Ich kann schon... Skippen. 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 Ich möchte, dass Sie da hingehen. Verstanden? Sieht mir nach Zeitverschwendung... Nein! ...heiß darauf, gegen das Institut zu kämpfen? Nein! Bewahren Sie sich diesen Enthusiasmus für später. Nein! Diese Monsterspiele... Nein! Das wollte ich nicht. Warte. Nochmal. Da hab ich mich grad verklickt. Nochmal. Dieses Spiel ja bestätigen. Warte. Nochmal. Ups. Das war nicht geplant. Verdammt. Da war ich ein bisschen zu gierig mit dem Klicken. Okay, noch einmal. Das war echt doof. Ja. Äh, so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie... Was? Die Bruderschaft kann nicht zu... Es wird mir eine Freude sein. Wir haben ein Dati-Bahn. Nutzen Sie. So. Wegtreten. So. Ei. Okay. Boah, war das dämlich. Oh. Äh, das wollte ich nicht. Oh Gott, war das dämlich. Okay, ich greife die Meierloch-Krieger diesmal nicht an. Jep. Die sind auch gruselig. Das muss... Da muss ich dir auch, äh, äh, äh... zustimmen. Genau. Okay. Diesmal kriegen wir das hin. Diesmal kriegen wir das wirklich hin. Ich greife diese Meierloch-Jäger diesmal nicht an. Ich lerne aus meinen Fehlern. Aber ich finde es echt komisch, dass das nur zu kurz hängt. Und der über den Flughafen verankerten Bridgman ist die Bruderschaft in Angriffsreichweite der Stadt. So. Und auch mal. Danach werde ich vermutlich direkt abspeichern oder so. Damit wir das Ganze hier nicht nochmal sehen müssen. Meine Güte. Die Save-Points sind hier echt doof gesetzt. Sehr doof gesetzt. Boah. Da gab es einen ganz kurzen Leck. Okay, ja, die Viecher greife ich diesmal nicht an. Diese dreckigen Biester da. So. Da hinten muss er... Ja, da ist er. Alter, wirklich? Wow. Komm schon. Jawoll, ja. So. Gut. Deck-Fotster. Uah. Jabba-dabba-du. Oh, wir sind ja schon hier. Äh. Was sind denn? Achso, da hinten. Hier ist noch einer. Ja. So, jetzt können ganz... Jetzt kann... Die... Wow. Ach, da ist einer mit einem Dings. Da war einer. Ich hab dich genau gesehen. Du warst nicht zu verstecken. Ich greife jedem so lang dich an. Werden wir angriffen? Ja, wir werden... Uah. Das ist ja doof. Da kriegen wir auch was ab. Das ist natürlich nicht so schön. Ähm. Wow, diesmal hat's ja nicht so gut geklappt. Puh. Und da ist noch einer. So. Ist hier noch irgendwo einer? Puh. Okay, ich glaub, jetzt haben wir es geschafft, oder? Ja. Sicher, die Fort Storm. Okay. Jetzt darf ich doch aussteigen, oder? Darf ich? Ja, darf ich. So. Jetzt will ich erst mal alles... Planke. Achso, vielleicht sollte ich erst einmal... Ich bin ja jetzt ein bisschen... Ähm... Exhausted. Ein bisschen ausgelaugt. Ach nee, Ups. Zeitlupe. Ha. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Lancer hat das nicht... Was? Ihm hat es nicht gefallen, dass ich mich ein bisschen hab... Oh, interessant. Gefällt ihm das? Oh, das soll... Ups. So ist es taktisch unklug. Okay. Gut. Wenn du was so sagst, wird das wohl stimmen, ne? So. Was haben wir denn hier so? Ich will erst mal die schöne Pistole rausholen. Vielleicht mit Froschschutzmittel. Was haben wir denn hier so alles? Ähm... Ich würde mal sagen... Vielleicht seitdem die Bomben vom Himmel geflogen sind... Äh... Gefallen. Wie auch immer. Meine Güte, das ist doch nicht Ordner. Das ist doch nun nicht wirklich... Äh... Wirklich nicht schwer zu erraten. Oh, oh, oh. Da ist ja der Beamert. Oh. Bevor der verschwindet. Patrone, 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 Patrone. Todeskreinfleisch. Todeskrein. Klauehaut. Oh. Gedämpft, abgedunkelt. Lederrüstung. Uh. Das will ich mal angucken. Na, schauen wir mal. Warte, warte. Da ist es. Was ist es? Achso, das ist ein... Ja, dann werde ich das mal ablegen. So, aber wir haben trotzdem immer noch zu viel. Versteift. Und dann lege ich das mal ab. So, und dann passt es wieder. So, und was für eine Waffe hatten wir jetzt hier aufgehoben? Das war diese Feuerwaffe. Ähm. Ja, da. Brandlaserpistole. Brandlaserpistole. Das ist auch cool. Jetzt ist ja alles so brand. Wow, Gewitter. Cool. Falls nötig, wäre diese Befestigung ein ausgezeichneter Rückzugsort. Die Befestigung? Die hier? Warum Rückzugsort? Oh, und noch einer. Natürlich müssen wir da rein. Oh Gott, ey. Da bin wir jetzt garantiert nur so von... Superbotanten. Naja, Strotze würde ich da gar nicht nehmen wollen. Das wäre, glaube ich... Das wäre ein... Das wäre ein Griff ins Klo. Das wäre eine eigene... Kampfflinte. Eine Kampfflinte. Cool. So, Dance. Auf geht's. Gehen wir einfach mal in die Waffenkammer rein. Oh Gott, ich hoffe, dass noch nicht allzu viele Superbotanten drinne. Und es war jetzt ein bisschen dämlich, dass wir eben gerade doch auf der... Prynriff? Ich weiß den Namen nicht mehr so genau. Ähm, den haben wir so kompliziert. Dass wir dort keine... Nicht unsere Rüstung geholt haben. Das war jetzt nicht so schlau. Ich weiß nicht, aber... Ich könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Ja. Und man hat auch gerade den Superbotanten gehört. Was ist was? Blöde Geräusche kriegen Hunger. Kriegen Hunger? Dann muss den Essen. Wenn Kriegen Hunger, muss den Essen. Du, mich verstehen. Meinst du nicht hoch? Ich stehe deine Eingeweidung in Eis. Bleib wachsam. Ich weiß, dass ihr noch da seid. Ja, hier muss doch irgendwo... Sag mal... Ach, Dance. Dance läuft immer wieder... Oh. Boah, Dapf hinter, ey. Wow. Sag mal... Ah, irgendwie ist die Waffe nicht so prall. Suchen wir mal was anderes. Wir haben ja Zeit. Boah. Oh, nein. Das war nicht... Ich wollte eher das machen. So. Thorsten, Freunde. So. Wow. Die macht ja auch echt viel Schaden. Alter, warum ist Dance so stark? Oh, 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 oh. Alter, warum kann ich nicht laufen? Geht doch. Die Waffe ist jetzt auch nicht so prall. Dann brauche ich vielleicht doch lieber die Laserpistole. Verrecke. Entschuldigung. Entschuldigung. Die sollten brennen. Boah, Alter. Danke. Jetzt Skorpionfleisch. Oh, was ist denn das? Da ist wirklich ausgedanzt. Das ist ja echt fast so schlimm wie in Borderlands mit dem ganzen... Ja, komm her. Ach, komm. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ich gerade keinen Headshot verpasst habe. Was ich schon? Was ich... Vielen Dank.